Musikschrank von 1963. Anschluss einer externen Quelle über Klinkenstrecke. Stecker 3,5 mm. So, hier mein Schema. Der Anschluss erfolgt über den Stecker B. Das sieht dann insgesamt so aus. Stecker B befindet sich auf der linken Seite. Und so sieht der aus, wenn er als Gabel ausgebaut ist. Hier sehen wir die zwei Pins. Einmal an die 1 und die 7. Die Rot geht vermutlich an die 1 und Weiß an die 7. Links neben dem Weißen ist die Masse. Das ist jetzt alles ein bisschen provisorisch, muss dann sauber gemacht werden. Versuchen wir mal einen Testlauf. Stecker geht rein. Strom. Musik. Und die A als Quelle. Mal gucken, ob der Spieler abspielt. Spielt ab. Ein bisschen lauter machen. TV. Jetzt ist er warm genug. Ja, funktioniert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017